Der Dschungel verschlingt alles. Er holt sich die Alten, die Kranken, die Verwundeten. Er holt sich die Schwachen. Aber nie die Starken. Er ist kein normaler Mensch. Viele glaubten, er sei ein böser Geist. Ein Geist der Bäume. Kein Mensch hat je mit weniger begonnen. Wer ist Tartan? Sie sind Jane? Wer wird sie holen? Frii! 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 Du bist der Herr der Affen. König des Dschungels. Tartan. Tartan. Die anderen sagen, die Geisterstunde ist um Mitternacht. Ich glaube, sie ist um drei Uhr nachts. Dann, wenn ich als Einzige noch wach bin. Ja, wie ich für ein Ich bin jetzt chillen will. Ich bin rolled. Ja, ich bin echt hell. Untertitelung. BR 2018